Moin Leute, was geht ab? Ich hoffe ihr habt bisher einen wunderschönen Tag und willkommen zur BAL3-Ansage, bevor das Gameplay anfängt. Denn wir nehmen heute Abend ab 18 Uhr an BAL3-Teilen. Mit dabei sind zum Beispiel Hand of Blood, Rocket Beans und, und, und. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich hab einen neuen Partner, nicht mehr Olegrabolic, sondern Steinelele, weil David noch im Urlaub ist. Dementsprechend hier ein kleiner Trainingsausschnitt. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, Daumen nach oben nicht vergessen und jetzt viel Spaß! Drei, zwei, eins, und raus. Und dann direkt die Stelle nach unten. Auf C kriegen wir Besuch. Genau, ein Squad. Okay, einer ist runtergesprungen. Anderer ist bei mir. Hat der eine Waffe runtergekommen? Nee, der hat unten eine VSS, bitte spring nicht mit. Spring nicht mit. Nee, ich... Hab ne K. Doll. Eine Machotte. Unten hat der eine VSS, wie gesagt. Unten. Lass gegenüber rein. Ne, haben gesnackt. Schalli AR hab ich. Hier ist noch ein M16. Bei mir. Schüsse ab. Machst du das? Nee. Hier ist bei mir ein M16, ne? Irgendwie über irgendwo. Schau mal. Direkt hier hinter den Tresen. Ich hab insgesamt nur 80 Schüsse. Hast du? Hier liegt nur ein Millimeter noch. Das ist nicht bei uns im Haus. Ne, die sind bei uns auch. Ich hemm die ab. Heal bitte. Und push. Ich hab die Waffe weggelegt. Ich hab die Waffe weggelegt. Hinter uns. Ausgenommen. Ich hab die Waffe weggelegt. Und einen am Eingang. Gut. Perfekt, Alter. Dann nimm du den Eingang. Ey, Alter. Ich hab nichts gemacht und der steckt die Waffe weg. Ich fass es nicht, ne? Boah. Junge. Das hat mir gerade Cancer gegeben. Nix tolles. Ich hab nochmal 7er Muni für dich, wenn du brauchst. Oh, Junge. Ich brauch auf jedem. Aber nicht so viel brauch ich. Was hast du denn an 7er Muni? Was ist was? Das wär super, wenn ich die 7er Muni haben könnte. Dann nehm ich die AKM, nehm ich jetzt endlich hier. Geil on, Alter. Dankeschön. Dann nehm ich die M416. Okay, aber damit haben wir die Hospital erstmal erobert. Sollen wir weiter? Jo. Sucher für die K? Ich hab nen 4er Sucher. Aber ich hab auch nen geschalldämpfter M16. Deswegen würd ich den nicht gerne behalten. Ähm. Joa. Ich hab was für dich. Ich möcht nicht beide nehmen. Komm mal her. Ich hab nen zweiten. Have fun. Eins. Dafür krieg ich das erste Red Dot. Da oben sind welche. Mega guard kittet. Lass die Stirn bitte. Da vorne raus. Wie schlecht. Ja, von uns aber, ne? Wo ist der denn? Ein Baum. Ausgenockt? Wo ist der Mate, ist die Frage. Ist gekillt? Der wird noch drinnen sein, denk ich. Pass bloß auf da. Ich hol dir jetzt Medics von dem und Muni. Boah, 7 Erste. Ich hab nen 2er Scope für dich. Meinst du, wird der drinnen sein? Aber wir sollten gar nicht mehr drinnen. Am besten looten gar nicht mehr, oder? Komm mal mit, komm mal. Komm zu dir. Naja. Scheiß drauf. Wie viel 5er Muni hast du? 20 Schuss. Have fun. Liegt hier bei mir über 100. Das haben wir genug. Ich brauch jetzt halt nur noch 7er Muni. Kannst du mal reingucken, was du noch brauchst. Taktisches Lager zum Beispiel ist hier noch drinnen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Typ. Ah, da kommt ein Auto. Da kommt ein Auto. Hinter wo? Hinter uns, oder? Hinter uns. Weitere. Komm, ran, 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 ran. Hast du den Flip gesehen? Die fahren aber weiter, ne? Ja. Das war ein gutes Gefühl dabei, da hinzugehen gerade. Ja, ja. Hast du den Flip von dem gesehen, Mann? Alter, die sind ja richtig wieder aufgekommen. Das war ja aber mega der Krasse. Ja, aber das ist so geil, wie die geflippt sind. Ja. Ah, 7er Muni. Ah, geil on, Alter. Mach ja schon Entenlauf, Junge. Entenlauf. Ich denke mal, wir können relativ safe mit der Zone reinlaufen. Puschinkis, ob wir nicht nach Puschinki gezwungen werden, ist die Frage. Das wär halt scheiße. Ja, bitte, ja. Ja, das sieht auch wahrscheinlich so aus, dass wir nach Puschinki gezwungen werden. Also über die Felder vor allen Dingen. Puschinki an sich ist nicht schlimm, aber die Felder sind halt leichter Bums. Fuck. Ja. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir, äh, ne? Links an der Halle. Gut. Wenn wir nämlich entdeckt werden, sind wir sowieso im Arsch. Ja. Die haben die Flächen verändert, merkst du, siehst du das? Naja. Die Gräser haben die mit dem Flächen verändert. Tödlich für Motorräder, Alter. Tödlich. Ja, und tödlich auch für Leute, die drüberlaufen müssen. Ja, ja. Aber wenn du entdeckt wirst, dann ja. Ich geh mir eben mal einen Energydrink. Oh Junge, das Trinkgeräusch ist so geil geworden. Hier rein, direkt. Oh lol, wir sind ja von der Zone her beglückt worden quasi. Hier ist oben auf. Ja, ist alles auf. Das war ja auch. Ich werd aber tiefer in die Stadt rein. Schon mal gegenüberliegende Straßenseite. Sollte aber der letzte Move von uns sein. Ja. Wobei, lass uns das andere Gebäude links daneben. Ich glaub ich besser. Da ist auch auf, das ist gut für uns. Wenn da auf ist, heißt das, dass da wahrscheinlich weniger Leute verbarrikadiert sind. Machst du zu? Machst du zu? Kann ich nicht. Warum? Die Tür ist kaputt. Okay, das war nicht beabsichtigt. Okay, wir müssen weit. Geht der Openfield zu. Dann lass uns jetzt direkt starten, oder? Damit wir außenrum gehen können und nicht übers Openfield. Openfield wäre leicht doof. Wir werden auch jetzt hundertprozentig noch irgendwie Kontakt bekommen. Ja, klar. Ich leck's mal auf AK für den Nahkampf. Ja, ich auch. Ist das ein Gegner? Nein. Mich wundert, dass gerade, dass keiner auf uns schießt, ne? Also wirklich. Ich meine, das ist natürlich Glück, aber trotzdem. Nicht nach einem anderen Fokus der Leute. Ja, ja, ja. Du siehst ja hinten Grotzer und was weiß ich, was er alle schießt. Du sagst, es hat zwei Leute. Ja, da war das beim Nordosten irgendwo. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher die ganze Zeit auf, was ich für eine Waffe wechseln, ne? Die Zone in 15. Wir haben keinerlei Eile. Wir gehen außen her. Ja, weit können wir aber nicht außen hin. Wir müssen jetzt rein. Auf jeden Fall an der Zone vorbei. Oder an der Zone. Entlang. Da oben. Oben rechts. Ja, oben rechts. Auf 60. Dann tut's. Hinterm Baum oder auch am Rennen? Ja, am Rennen. Haben die uns gesehen? Naja, glaub nicht. Nicht für's Person, ne. Lass uns das mal ausnutzen. Da vorne. Ja, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Ausgenockt. Hab ich. Rechts am Stein. Am Stein. Ja. K. Ja. Naja. Gut. Schön. Der hat auch ne K gehabt, ne? Ja. Du liebst den, ich geh nicht um. Okay, ich hab nen Achter Sucher von dem. Schalli AR Nummer 2. Kann ich gut mit leben. Dreier Weste. Dreier Helm. Dreier Weste. Ja. Guten Dreier Helm bei dir noch? Also von der... Hat der noch 5 Harmonie? Ja. Ich brauch auf jeden Fall noch etwas. Genere. Und Boost. Hat der Boost? Hat der Boosts? Ich hab einen. Fuck it, Alter. Egal. Wir sind... Wir sind gut für uns, Mann. Ja. Ich werd hier auch nicht viel rummoven, ne. Ich werd hier sogar bleiben fast. Ich geh mal da... Das ist unten bei den Häusern. Das ist unten bei den Häusern. Bei 5 Slum. 8 übrig. Noch 6. Ding 6. Lass mal... Lass mal nach oben gehen. Ding hat irgendwie ein bisschen offen. Ja. Lass mal nach oben wieder gehen. Na oben! Ich bin ausgenockt. Ich bin sehr relativ sicher. Auf einen. Push den direkt. Siehst du den? Pass auf. Ausgenockt durch Splittergranate. Ich bin tausend. Dann ausgenockt. Musst mich selber eben heilen. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Oh. War ne gute Granate von eben. Ist aber nicht er gewesen, glaub ich. Ja. Ja. Dann heal du dich. Links unten ist. Ich hab einen. Du hast... Ja. Ich hab auch einen. Gut. Links zwei. Wo sind die unten? Wo ist der mich voll, keine Ahnung. Es kann sein, dass die... Also die werfen auf jeden Fall nach unten. Wir sind auf jeden Fall in der Zone. Wo ist der eine, den du umgelatzt hast? Den Baum, äh... Auf Street Westland nach oben hier irgendwo. Der hat sogar einen Ghillie. Hab ihn. Mit dem Ghillie ist so gut. Und... Lecker Drinks. Bin mit dem Ghillie am Start. Ich seh einen. Direkt im nächsten Drink. Wo? Bei mir. Einen ausgenockt. Hinter dem Baum. Gerade... Ich hab keine Ahnung, wo der letzte ist. Gerade einer bei mir aus. Ich... Gegen einen. Was ist deine mit? Ja, meine. Ich... Ich... Rush den. Pass auf. Bitte nicht mehr so... Der ist hinter. Hinter. Unter dem Baum? Ja. War das denn? Oh, ich seh ihn. Ich seh ihn vor mir. Direkt. Hab ihn. Nice. Chicken Dinner, Bitches! Wuhu! Nummer 2 oder 3 heute. Keine Ahnung. So, liebe Freunde. Das war ein kleiner Ausschnitt vom Training zu Ball 3. Ist natürlich jedes Game genauso gut abgelaufen. Selbstverständlich. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Bei mir im Stream vorbeischauen. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Ab heute, 18 Uhr, Ball 3. Ja, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Da kommt natürlich auch ein Ball-Highlight hier auf dem Kanal. Und dementsprechend haut rein und bis dann.